Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Uns wurden im letzten Part unsere Vorräte geklaut von irgendwelchen Trutans und nun müssen wir uns neue Vorräte besorgen, am besten Fleisch. Wie zum Beispiel die Zirkel, die da stehen. Die besorgen wir uns doch mal. Ganz gerne. Ihr habt sehr Hunger. So, der dritte darf auch gerne kommen. Danke. Da können wir nämlich sehr gut alle ausradieren. Sehr gut. Wir müssen ja nur drei besorgen. So. Besorgen wir mal. Machen wir die alle mal kaputt und dann geht's gleich weiter mit der Hauptstory, denke ich mal. Danach. Und rums. Sehr gut. sehr gut. Ich bin froh, Riku hat nur PowerFrame heute Nacht. Sie sollte 30% besser performen als Leading Brand. Was ist mit Leading Brand? Ich verstehe, dass wir weniger als Agniant sind, also wir brauchen das, um mehr an einen Eben-Footen in Kampf zu kommen. Aber... Freunde sagen, aber. Warum aber? Wir brauchen einfach... Oomph! Wie, kapow! Das ist ein Ding. Die Sound-Effekt nicht helfen, die Verständnis. Oh, you know. Like that doodad Noah hat. Doodad? Ujjumaflip. You know what I mean. Don't make me say it. What friend want to use for? Uh, well, I... Not on your own by any chance. If so, Riku hat to pass. Oh, come on. So Riku gets right. Backing up. This plan of Lance. Noah privy to it? Make decision without consult allies? Bad form. But he's our... enemy. And who decide that? Joran ever say himself? That he enemy? He did. I did. In absence of complete picture? Well, but... He's different. So after meet just once, Lance make up mind? Then... What are we gonna do? Only thing friends can. Keep moving forward. How's that gonna solve anything? Should never have asked. Also... Doodad, not that kind of thing. Hmm. I know it's grim, but it needs to be done. Gut. Zielt das jetzt als... Zielt die Einzelne, die jetzt gefunden als... Als wirklich Einzelne? 87. Wieso wohl... Die hatten noch schon 88. Nice and limber. Ich verstehe es nicht. Wir sollen immer noch Vorräte sammeln. Ja, gelb, ein Seetankpilz. Na gut, dann sammeln wir weiter. Pilze. Wow. Ich mach mal hier lieber die Navigation an, weil das sieht sehr... krass hier aus. Sehr krass verwirrend. Hey, look. That's a really odd-looking tree. Meh. Oh, wondrous day! Cannot believe I. It's fruit of legend, bright fig! Bright fig? What's a bright fig when it's at home? Let me guess. They're stupidly delish. Oh, guaranteed! Deliciousness is such that friends will be picking up jaws from ground for weeks! Uh-oh. What's up? Are they rotten or something? Tragedy strikes! These not ripe for plucking yet, let alone eating. If eat now, bitter flavor cause agonizing death. Huh? I don't know. They look tasty enough to me. Bright fig not good for eating even after full yellow. Still have to wait another year before able to enjoy. That's too long. Man, so much for that. Never mind. You can always come back next year. It's legendary, right? You wouldn't want to miss out. Guess we'll have to. But, Mia, a year from now... Even if I might not get to do it, you guys can still have a taste. Why wouldn't you... Whoa. Love, you've got to stop being so detached about it. You'll just get everyone feeling guilty. Oh, sorry, sorry. Please don't mind me. Don't mind me, she says. Course we're going to mind you, doll. Hey, how can you be so casual about it? What do you mean casual? I assure you I'm not. I'm actually pretty flustered. You defo don't look it. If it looks that way to you, well, that's because I shouldn't even be here. What do you mean? This life's a gift from a dear friend. It should have been me. I should have died out there that day. So this isn't really me. I'm just living on her time. Maybe that's why. Hmm. All right. All right. All right. Ich weiß nicht, dass wir uns kennenlernen. Ich weiß, wenn wir Interlinken sind, kann ich eine Glimpse sehen. Inferno, Destruction, Land Screaming. Noahs Erinnerungen. Was, wenn... Bear mit mir. Das Freund von deinem. Sie kam wie Joran. Wie ein Feind. Wie ein Feind. Wie ein Feind. Ich denke, ich möchte das gleiche als Lance wissen. Aber einfach, warum? Gotcha. Ich dachte. Hm. Warum ist es, dass du dein Leben für meine... Warum? Du könntest du länger selbst leben, Miyabi. Warum hast du das gemacht? Also, ihr Name war Miyabi. Sorry. Ich denke, es ist ein Thema sensitiver. Es ist lustig. Ich dachte, ich hatte es all locked down. Danke. 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 Was für die Grund, ich würde es akzeptieren. Facts. Was für die Wahrheit. Und das ist es. Kein Verrückterung. Meine de facto Partner sind in der Zeit. Ich kann sehr gut gehen nach hinten. Kann ich jetzt? Ihr Partner sind jetzt, eh? Ja nun, wie soll er das denn sehen, ne? Schließt geklauter Probierend ab, also okay, also müssen wir diese Quest sowieso machen. Gut, ich dachte schon gerade, dass wir diese Quest nicht abschließen müssen, dass es halt nur eine Nebenqueste ist, aber nein, die Quest gehört dazu. Gut, da sind wir nicht auf so auszusehen in die Hauptstory reingelaufen. Das wollte ich nur mal kurz nachprüfen, nicht, dass ich da irgendwie in die Hauptstory reingelaufen. Oh, was haben wir denn da? Ein sechseckiges Fragment. Schöne auch darüber. Autsch! Das ist smart! Was hängt denn da drüben, was ist los mit ihm? Leute haben ja Probleme. Es ist schon sehr traurig, ne? Jeder hat so sein eigenes krasses Problem. Und so seine eigene Vergangenheit. Das ist smart! Und sie selber bekommen von den anderen, die hat durch die Synchronisation ja auch so einiges mit, nicht wahr? Und das ist das gut, dass ich gelevelt habe, warte mal, da ist noch einiges, das ist das gut, dass ich gelevelt habe. Man kann nämlich schön durchlaufen durch diese Millionen von Gegnern, die hier gerade rumstehen. Sonst könnte ich es nicht. So, und hier sind die Pilze. Gut, haben wir alle. Was ist das? Das ist ein Pilz. Ein sehr großer Pilz. Davon haben wir gestern schon welche gegessen, oder? Die wachsen hier im Wald, überall. Ja, sieht's aus. Da hätten wir das Rätsel zur Lösung. Worum geht's? Auf den ersten Blick ähneln sie stark einen gewöhnlichen Seetangpilz. Doch im Wahrheit handelt es sich um Schlummerlinge, die nach dem Verzehr einen stark betäubende Wirkung haben. So, jetzt ist man so lange geschlafen. Was? Das bedeutet also, weil wir alle von den Pilzen gegessen hatten, haben wir so fest geschlafen, dass ich Troutans uns unbemerkt ausrauben konnten. Zumindest wäre das meine Theorie. Ich werde mir und die anderen warnen. No, no, no. Manana war also doch schuld, weil manana böse Pilze mitgekocht hat. Naja, aber wir haben doch alle die Vorräte gesammelt. Die trifft keine Schuld. Aber manana war es böse auf Land, es ist wegen Anschuldigung. Tut manana wirklich leid. Ach, Quatsch. Passt schon. Viel wichtiger vom Herumlatschen jetzt bei der Futtersuche, aber ich möchte nicht Kult aufbekommen. Wir haben doch langsam genug Bäume da nicht mal wieder zum Lager zurück und was essen. Yo. Happy Zeit. Happy Zeit. Abgeschlossen. Sehr gut. Machen wir auf den Weg zurück. Auf den Weg sammeln wir natürlich noch ein bisschen was ein. Ich meine, ich könnte es auch nicht viel wieder teleportieren, aber... Wird schon, ne? Man kann ja immer ein bisschen was sammeln noch. Und dann essen wir gleich gemütlich. Schwarz-Lilie gefunden. Schwarz-Lilie gefunden. Schwarz-Lilie. Es sieht immer so viel aus, nach 100 Meter und so weiter, aber wenn man bedenkt, man muss halt so... Man muss hier forschen, dass man in den Köpfen der Leute rumläuft, dann ist das schon... Kommt das dem schon nah. So. Dann wird es... schnabuliert. All right then. That should be us good for food now. Yeah. Looks like that'll last us a little while. What's wrong, Mio? Who's there? Come out! Bolyaris? Yeah, much better. I owe you. What are you doing over this way? I thought you were going to the castle. Yeah. No, I went. And this is what I got for my trouble. So, tell us what happened. Ja, jetzt sag. Ich bin halt gespannt, ne? Was mit Ethel geschehen? Das würde mich auch interessieren. Ich meine, die lässt sich doch nicht einfach so, dass ihre Kolonie zerstört wird. Das lässt sich doch nicht einfach zu. Wahrscheinlich wird sie auch vielleicht kontrolliert, wer weiß, ne? Warum konnte er fliehen? Aber warum, Mioge? Warum würde sie attacken Kolonie 4? Du kamst in Kontakt mit Ouroboros, nicht wahr? Ich würde es nennen, die Kontagion zu verbrühen. Kontagion? Du sprichst, dass wir uns verbrühen? Hast du nicht? Du hast von der Schutz der Flamme-Clox verbrühen. Du hast nicht mehr 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 verbrühen. Das ist die Kompakt unserer Nation. Und mehrfach, die Wahrheit. Majestät, meine Queen. Yet, zu verbrühen Sie alle für die Fates machinations wäre ein misstep. Deshalb, ich werde Ihnen eine Chance geben. Was muss ich tun? Eliminate Ouroboros. Du hast nicht mehr verbrühen. Noah und der Rest. Natürlich, ich bin cognizant von dem Fakt, dass der Flamme wütend ist und wütend. Ich habe keine Intention für Sie allein zu senden. Kameravi! W-Why are you here? Ethel. H-How? But you're not even on the same side. Entertainment. Pardon? Those who have been released from the Flame Clock's sacred indenture cannot be affected by the Murbius Iris. To bring you back under control, I would have to force your rebirth. But that wouldn't be nearly as fun. The power you two wields surpasses even some of our consorts. I have great hope for you. Ethel. Kameravi. They gave Ethel and Kameravi new Pharaonesis. They've been made specifically to kill a Roboros. The tune-up might take a little while. Though you don't have much time. The two of them are after your heads. You're sure of this? Really? That's why I came here. To give you warning. They already know your rough position. That's how I found you in the first place. What's this? Plans of the castle. They were tuning up my Pharaonis when I happened upon them. They include schematics for the Annihilator. Take them and go back to Colony 4. Commander, you mean... If they can find us wherever we are, I want to at least secure a way for us to put up a fight. Am I wrong? But, Mom, we can't very well. Also, about Noah's group. If you happen across them, tell them this. I will use lethal force. Yes? What? Furthermore, tell them I wish them all the best of luck. I hope they reach their goal. Commander? Commander? Ja, warum war er denn verletzt? Ich meine, er war ja unter Flucht. Er wurde verletzt. Offensichtlich. Was ist denn da passiert? Oh, Ethel. She sounds serious. And still... telling us to just... keep going? Well, that's Ethel for you. Hard-headed as they come. Won't she get into trouble, because of you slipping out? Hardly. I'm just one missing foot soldier. And that one's gonna pay it any mind. Ah? But your wounds earlier. Ah, truth is... air from falling off a cliff on the way here. It was dark as snarf. Ha 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 ha! Are you tugging my wings? Well, anyhow, it's nothing for you lot to fret over. This is our problem now. You focus on achieving your objective. We appreciate it. Ah, but man... You know, why's the commander got to duke out with you lot, eh? And why was our foe, Kamaravi, there? The Ash Bar? Feels like the whole world's turned on its head. All righty. I'm heading back. Got it? You lot scoot on along out of these parts. There's still some time before they're done tweaking. And with you on foot... We're not running away. Not after all this. Huh? I'm staying too. What? Really? Really? That light we saw a while back. If that... If that had come from the Annihilator... Even if we were to somehow reach our destination... If it was at the cost of all your lives... It wouldn't be worth it. Huh. Surviving like that... I couldn't bear it. Mimi. Mia. Voliaris. The castle plans. Can you share them? Noah. You're not... You wouldn't. The fact remains. It was us that destroyed your clock. Therefore... Yes, but that's... Either way... I think it's clear at least part of the blame lies with us. It's only fair then... That we destroy this Annihilator. Agreed? You for real? I'd be up for a little detour. Same here. You did offer us shelter. That creates an obligation. No way around. Someone here needs to keep friends in line. Count Riku in. If plan on fighting, we'll need first-rate chef too. And that's it. No looking back. Well, my day factor partner's running full steam ahead. I mean, I can't very well go backwards. Can I now? Oh, fine. Go on then. You wouldn't make it far inside the castle without a proper healer anyway. Uni. Thanks, guys. You're the best. I'll head back to Colony 4. In case the shit hits the fan. Good luck then. To all of you. Yeah. We'll be alright. Remember, we're up against the castle. Get too close and we may come under fire. What's our plan? I think we'll be able to manage. As long as we're careful. Come to think of it, you used to go to the castle for offseer training once a year, right? The black fog, is there much there? There's actually quite a bit. Around this time, the whole area is shrouded in it. They couldn't find us in that cave in Neal Valley, right? And you think we can repeat that? Maybe. Using the fog to approach is clever, but risky. What if an annihilation event occurs? You know, I hadn't really given it much thought up until you mentioned it, but oddly, it hasn't been happening. Seriously? I'm not sure why. Behind the castle, there's an ether deposit being mined in an area facing a lake. The ether being obtained there is then delivered into the castle through a freight entrance. So that's where we'll get our sneak on? There won't be anyone in the containers. If we can just get to them, without being spotted... Then we can get into the castle. Okay, let's assume we do give the guards the slip. What do we do once we're inside the place? Tyon, the sensors. What was the Colony 4 soldiers' search radius with the fog out? Their scanning range... I'd put in the ballpark of 15 metri. Look here. In the reserve area, there's a maintenance hatch that leads directly to the outer wall. If we make it through here and get to the main housing, it'll land us in front of the annihilator. There's less chance of being spotted by troops outside, too. We can do this. There's one concern. The castle is the Queen's residence. What if we're found by the consuls? Then I guess we'll have a fight on our hands. But it's not like we don't have a retreat. Here. In Keves, after a homecoming, they wash away the belongings of the dead as part of a ritual. It's an understated affair. And the channel they use for it is here. It flows straight out, connecting to the lake outside the castle. I see. So we open a hatch near the annihilator, ride the current, and we should come out right at the lake. More snuffing water. Every time we run, why do we always end up getting drenched? I mean, feathers are a bitch to dry. Every time being our grand total of wants. Well, let's just hope we don't have to fight. That's the ideal case. That's it then. Hm. Ready whatever supplies you need. Then we can go. Ja, wow, ne? Es wird ja ziemlich ernst. Ich mein, wir haben eigentlich unser eigenes großes Ziel. Und dass wir halt zur City gelangen, zum Schwert. Allerdings müssen wir diese Kanone losbinden, weil die ist halt gefährlich. Ich mein, damit können sie die Kolonie 4 einfach so auslöschen. Und ich glaube, wir sollten Kolonie 4 retten. Ich will zumindest Kolonie 4 retten. Und unsere Leute auch, ne? Zeig mal die Karte her. Ich mein, wenn wir das nicht schaffen, dann schaffen wir sowieso nicht das City. Ich mein, die können ja mit dieser Kanone ja auch die... Das Schwert ja auch quasi... Das Riesenschwert ja auch quasi einfach kaputt schießen. Ja, ich mein ja nur... Aber schon krass, ja klar. Äffel wird uns auf jeden Fall angreifen. Das auch, wie sie halt kämpft. Ich glaub nicht, dass sie uns... Ja, ich weiß nicht. Sie hat zwar gesagt, dass sie uns keine Chance lassen wird und bis aufs Tod kämpfen wird... Aber... Ah, ich soll zurück? Was denn? Ah, ich soll da hoch. Und dann nach oben lang. Okay, ja, hab ich nicht gesehen. Wie, wie schon gesagt, das ist alles sehr... Sehr, sehr komplizierte Geschichte, nicht wahr? Lassen Sie mich durch... Lassen Sie mich ohne Kampf durch? Ja. Vor allem, warum ist der eine von den anderen, von den... von den... Agnieren dabei? Als würden die Königinnen zusammenarbeiten. Eigentlich finden die doch Krieg, aber... Irgendwie so habe ich das Gefühl, als würden die... Als hätten die Konsuls da irgendwie eine höhere Macht als die Königinnen. Ich weiß nicht, ich kann's mir nicht anders erklären, warum die... Warum die so böse sind, die Königinnen. Ich kann's mir einfach nicht erklären. Da geht nicht in meinen Kopf rein. Aber wir sind doch noch nicht da, weil wir bei der Königin beim Schloss. Das dauert doch ne... Oh, ist doch ne riesen Hand, Alter. Naja, ich würde mal sagen, wir machen hier im nächsten Paar weiter. Ich bedanke mich bei euch für zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar und abonniert. Wenn ihr den nächsten verpasst und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!